Willkommen zurück zu einer weiteren Folge GONNA HOME. So, ohaa. Ah. Okay, was geht hier ab? Letzter Willen Testament. Testament. Okay, da ist einfach mal, ähm, ja. Äh, wie soll ich sagen? Testament drinne. So, jetzt müssen wir noch von der Schwester natürlich, ähm, das Geheimnis auf dem Dachboden lüften, ne? Ich hab nicht mal Beine. Geil. Das wäre hier irgendwo. Nein, nein, nein. Okay, dann ist es dieser Gang. Alter, dieses Knarren. Äh, hallo, hallo. Wer bist du, Oskar? Was willst du zurückkommen? Okay. Was? Am Rucksack spinnt, hä? 0-50-1. 0-50-1. Kellerschlüssel, okay. Okay. Aber alles war anders. Sie standen auf meinem Tisch, und sie würde mich nicht anschauen. Endlich, ich fragte sie was passiert. Sie sagte, sie fühlt sich, dass sie etwas falsch gemacht hat, in der Stadt. Ich muss denken, aber ich sagte, nein, es gab nichts falsch. Ich wollte nur sagen, aber ich konnte nicht die Worte finden. Ich fühlte mich, aber ich war nicht glücklich. Sie standen und standen neben mir auf dem Bett. Ich sah sie. Lani, Okay. Um. Aha. So, wir haben den Kellerschlüssel. Tut mir leid, falls ich mich gerade merkt, merken würde ich angehört habe. Ich habe gerade mal kurz was zum Futter in mir in die Futterluke geschoben. So, Kellerschlüssel war dort der, äh, Kellerschlüssel, der Keller. Immer wieder hört man von oben auch merkwürdige Geräusche. Das ist, ja, seltsam, dass sie die vielleicht auch mal hört. Und hier gibt es nicht mal Licht. Willst du mich verarschen? Alles gut gemacht mit den Spinnenweben. Boah. Da hinten ist noch Licht. Schnell, bevor irgendwas Böses kommt. Ach du Scheiße, unter so'n Heizraum. Boah. 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 Der Fortpflanzungsarbeitsplatz 6. Geht es immer noch um die weibliche Menstruation? Katelyn. Katelyn. Okay. Keine Ahnung, was das alles auf sich hat. Aber wir werden es bald erfahren. Potatochips. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Liebes Cementa, ich möchte Ihnen meinen herzlichen Dank für Ihre Einladung. Ha, ha, ha. Lieber Mr. Ha, ha. Ja. Okay. Hey. Da geht es wohl um eine kleine Liebesbeziehung. Techtelmechtel, wie auch immer. Oh Gott. Lampe an. Danke. Das ist so unheimlich hier drin mit dem Ding. Nein. Aha, aha. Okay. Okay. So. Hier, das ist eines Opas Bü... Was? Das ist eines Opas Büchern. Geiles Deutsch. Was ist hier passiert? Okay. Oha. Ja, gut. Also hier geht es wirklich um eine Liebesbeziehung. In irgendeiner Art und Weise. Ich glaube, das ist Mom's Einbürger... Was? Einbürgerungs-Kram. Ist sie kein Deutsch? Äh... Äh... Kanada! Wie kommt aus Kanada? Da ist schon wieder Licht an. Da ist schon wieder Licht an! Nee! Warum steht da oben eine Tasse? Warum ist hier so viel Zeitung? Um... Okay. 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 Das war's. 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 im Keller erwartet, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bleib entspannt, genieß den Tag und bye bye.